Der Nebel liegt beim Klagenfutter Becken, ist anfällig, Wiener Becken ist anfällig. Im gesamten Donautal, im Grazer Becken, Nebel liegt drübers Wetter. Ich verliere kurz mein Mikrofon. Ich verliere mein Mikrofon. Hat sich der Nebel aufgelöst. Ja, und wie Sie sehen können, sind anstelle des Nebels Sonnenstrahlen gekommen. Könnte dieses Hochdruckwetter, dieses milde Herbstwetter, bis nächste Woche, ungefähr Mittwoch, andauern. Spannendes Wetter, gell? Absolut spannend, noch spannender. Wo hat diese Frau ihr Mikrofon? Aber ich werde das für Sie klären, meine Damen und Herren, morgen dann. Das war das Neueste vom Wetter und das Neueste aus ganz Österreich von uns allen hier. Danke fürs Zuschauen. Hier im Programm geht es in Kürze mit der Herbstzeit weiter. Wir sehen uns dann morgen wieder. Alles Liebe.